Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier. Today is gone. Yes, yes, yo. Es hat sich viel getan, Alter. Es hat sich wirklich viel getan. Vor allen Dingen hier oben, ja, das war so lang und dann jetzt ist es so kurz und ich bin... Erstmal das Plünderegebiet. Dort sollen wir ja jemanden, ja, wir sollen ja ein Kopfgeld holen. Wenn wir da sind, können wir hier gleich die Krähen weghauen und da habe ich mir gedacht, auf dem Rückweg holen wir uns die Nero-Forschungsanlage. Dachte, das klingt wie ein guter Plan. Ja, deswegen fahren wir jetzt da schnurstracks hin. Wir haben ja hier so ziemlich alles aufgeräumt, also dürften wir hier eigentlich keine Probleme haben. Wir müssen da was rennen sehen, bin mir jetzt nicht sicher. Nicht, dass das wieder so eine wilde Bergziege ist, die uns hier gleich in den Arsch beißt. Kennt man ja von wilden Bergziegen. So, muss gerade erstmal ein bisschen umdenken. Ich komme gerade direkt aus dem Livestream. Da ist irgendwas. Geil. Lappen! Nice! Das hat sich hier einfach direkt so gelohnt. Fuck it. Okay, weiter geht's hier. Ich hoffe ja, dass wir da auch ein bisschen Benzin finden. Obwohl wir noch gut die Hälfte drin haben. Ich frage mich, wir müssen doch da schon mal gewesen sein. Ich scheisse die Hälfte drin. Lapp lapp, lapp lapp. Ich muss nachdenken. Nicht gut. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ist okay. Das kann ich prachen. Die haben gecheatet. Ich bin tot. Ich habe etwas zu tun gehabt. Alles okay. Ist nichts passiert. Okay. 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 Okay, das müssen wir machen, sobald wir mal da ein bisschen Mollys wieder haben und so. Und wir müssen ja auch gucken, wir haben ja noch ein paar Ripper auszulöschen. Oh, Scheiße, das ist ein ziemlich großes Kerl. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist einfach nur ein großes Camp mit irgendwie drei Leuten drin. Ich mein, kann doch sein. Oder? Oder? Meint ihr nicht? Nein! Okay. Na also. Nein! Ich frag mich, ob die Viecher dann nachts rauskommen. Ich muss da irgendwie reinkommen. Sprengstoff. Ich brauche Sprengstoff. Ja, die Sache läuft. Was war das? Was war das? Was war das? Ich werde ganz, ganz ruhig bleiben. Nicht schreien. Nicht schreien. Guck mal. Die mag dich nicht. Die mag dich nicht. Oh, oh. Ja, bei der Kreisch halten, da bin ich ein bisschen auf Risiko gegangen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Da ist das. Das waren verdammt viele Blünder. Oh, scheiße. Hier bist du. Oh, oh. Oh. Tod? Wait. Tod? Da kann ich was draus machen. Wieso tot? Doch nicht. Ethan, nehme ich an. Ja? Wie geht's dir, kompris? Man, echt gut, sie zu sehen. Ja? Du wolltest dich den Arschlöchern nicht anschließen? Scheiße, nein. Und ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollten. Ja, auf jeden Fall nichts gutes. Äh, meinst du, du schaffst es allein nach Hause? Ja, ja, danke, Mann. Okay. Das ist doch das, was wir die ganze Zeit wollten, oder? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Diamond Lake, das war das, wo die auch einen guten Mechaniker hatten. Nein, 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 nein. Wir müssen auch Schrott sammeln und so. Müssen wir mal gucken. Äh, leider... Ja, das scheiß Vogelnest können wir jetzt nicht wegmachen. Aber wir können uns auf dem Weg zur Nero-Forschungsanlage machen. Oder wir holen uns das Hinterhaltscamp und decken halt den Rest der Karte auf. Ich denke, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Dann wissen wir, wo noch Nero-Camps sind. Dann können wir direkt gucken. Hier. St. John an Captain Coory. Erledigt, Sir. Der Junge ist auf dem Rückweg. Gute Arbeit, St. John. Sie tragen viel zu unseren Erfolgen bei. Wie Deschutes County Miliz wäre ohne sie nicht dasselbe. Danke, Sir. Ich erkundige mich später nochmal nach ihm. St. John Ende. Ich hab's noch gesehen. Die Teile. Hassig. St. John, kommen. Hier ist Captain Coory. Ich hab nen Job für Sie. Captain Coory. Im Diamond Lake Außenposten nehme ich an. Verstanden. Ich beschbrete dich von Schluss. Ich schwache dich. Okay, ich dachte, ich habe gerade eine Horde gehört. Eine Hörde gehört. Warum machen wir das schon wieder nachts? Ist doch einfach immer nur Selbstmord, wenn wir das nachts machen. Okay, wir müssen gucken, wie wir den Sniper umgehen können. Okay. 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 Das können wir nicht. Warum können wir das nicht? Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Können wir das lernen? Tarnangriff auf schwere Freaker. Gilt es dann auch für schwere? Ach, ist das mies. Fernkampf. Ist da noch irgendwas Wichtiges für uns? Rückstoß. Die Fähigkeit, einen Tarnangriff auf schwere Freaker auszuführen. Gibt außerdem die Fähigkeit dazu, bei Befreien aus einem Kampf schwere Freaker und große Tiere zu töten. Das könnte eine coole Fähigkeit sein, wenn es bedeutet, dass wir auch so gepanzerte männliche, äh, männliche, menschliche Gegner. Erkennen können. Wenn nicht, hm. Das einzige, was mich tatsächlich interessiert, ist halt der verringerte Rückstoß. Ich meine, momentan nutzen wir keine Sturmgewehre oder so, aber wer weiß, was noch kommt. Na komm, wir holen das. Geht nicht für Menschen. Geht nicht für Menschen. Hier ist der Bunker. Los, schnapp ihn dir! Gib's ihm! Ja! Das wäre so geil, wenn wir den, ich weiß nicht, können wir den im Nahkampf einfach weghauen? Mach ihn platt, mach ihn fertig, na los doch! Was machst du, nein, was machst du? Komm schon mal an! Ja, na los! Schnapp ihn dir! Ja, na los! Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir! Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Was? Was? Ging noch ganz gut! Ging noch ganz gut! Ging noch ganz gut! Ich rücke vor! Aufrücken! Aufrücken! Was denn? Was? 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 Die haben ihn erwischt! Und noch einer! Jetzt hab ich dich, Arschloch! Das ist wie die fucking Szene aus Rambo, alter! Die 12 von 19! Ja, keine Sorge! Ja, da geht's! Tod. Ich nehm' ihn zuvor! Oh, der ist die große Sorge! Ja, das ist die ganze Sorge! Ja, das ist der große Sorge! ja wo ist der rest fünf leute suchen wir noch ich steht da ganz gemütlich braucht ein oder was ja ja was besseres als deine handgranate reinwerfen ist mir nicht eingefallen ich habe ihn getroffen ich muss nachlassen hier noch zwei stellt sich mir immer noch die frage wo ist der andere also einen haben wir da das der heavy hier 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 wie bin ich wieder in diese situation geraten alles begann mit einem wundersamen tag irgendwann musst du nachladen ich dachte gerade er hat vielleicht keine munition mehr ich glaube das war es die straßen werden etwas sicherer sein zwar nicht viel aber immerhin etwas alles klar mal sehen ob sie hier irgendwo einen unterirdischen haben sie haben sie wölfe haben sie auch haben wir auch gesehen also die heavies können wir mit einem schlag wegrotzen also wer hätte das gedacht ich glaube das haben wir schon mal gesehen gehabt was ist das an der karte ja ich werde eine weile meine augen schließen ich dachte schon wir können hier nicht pennen alter oh freunde ich sehe wir sind schon am ende der folge deswegen hat handy so rumgeschrien dann werden wir gleich ende machen finde diese diese tag nacht wechsel da sieht man halt wie krass auch die grafik ist seien wir mal ehrlich alter das game sieht schon echt schmuck aus aber bevor wir die folge beenden nehmen wir uns eine kiste sprit mit und suchen mal unser bike es scheint sich zu bewerten im sumpf irgendwie sein lager zu haben ich dachte gerade ich habe etwas gehört können wir nämlich unser bike aufladen können einmal da in ruhe speichern und dann beim nächsten mal geht es da direkt weiter ja das kann ein bisschen dauern ey lass mal hier gedrückt Freunde wie es hier weiter geht das könnt ihr sehen wo fragt ihr in der nächsten folge natürlich in der nächsten folge von days gone alter hat mir sehr viel spaß gemacht wenn es dir auch spaß gemacht hat und du sagst damn ich will nicht nur days gone sondern auch so ähnliche games wie days gone horizon zero dawn und was wie sie alle heißen auf diesem kanal sehen ich will sehen semi alter wie du das zockst alter und damit ich hier jeden abend mir meine 30 minuten reinballern kann wie eine schöne tv serie schreibt mir das in die kommentare und hinterlass mir einen daumen nach oben ganz wichtig bis zum nächsten mal mach's gut Gut.